hey leute lang lang haben wir aus pixel 4a gewartet und hier ist es endlich besser schöner und sogar günstiger als sein eigener vorgänger was es gut und auch nicht so gut kann erfahrt ihr jetzt was denkt ihr wo ich mein handyvertrag habe ganz genau bei mobil.com debitel nicht nur weil die alle aktuellen smartphones vor ort oder online haben sondern auch alle netze und diese verträge meist auch sehr viel günstiger sind als beim provider selbst ich bin also sehr froh dass sie mich auch heute wieder bei diesem video hier unterstützt haben ohne sie hätte ich wohl kaum fast jedes smartphone vor marktstart und dafür vielen vielen dank das google pixel 4 besteht aus glas und aluminium um geld zu sparen und vielleicht auch weil die meisten menschen sowieso eine hülle benutzen besteht das pixel 4a komplett aus einem kunststoff unibody das fühlt sich nicht so wirklich hochwertig an und erst nach etwas eingewöhnungen konnte ich dem ganzen etwas abgewinnen das kann nicht brechen fühlt sich weich an und ist sogar ziemlich dünn dieses geteilt matt und glänzende vom pixel 3a gefällt mir aber heute auch immer noch besser einen kopfhöhre anschluss gibt es weiterhin und alle knöpfe haben einen auffällig guten druckpunkt ironischerweise ist das günstigste pixel das mit dem modernsten design auf der vorderseite ein für heutige maßstäbe kompaktes 5,8 zoll display eingerahmt in fast überall gleich dicke ränder und nur oben ein loch für die kamera es sieht dem galaxy s 10 e aufs haar ähnlich und setzt ebenso wie dieses auf oled technik das ist bei dem preis nicht selbstverständlich war aber die richtige entscheidung von google auch wenn es leider nur 60 hertz hat bis auf die helligkeit ist es ein super display mit schönen farben perfektem schwarzwert und full hd plus auflösung vor allem aber die handlichkeit vom pixel 4a dürfte viele freuen weniger auffällig aber mein persönliches highlight es gibt stereo lautsprecher was weder der vorgänger noch ein oneplus nord oder das galaxy a 51 haben und wisst ihr was die klingen sogar sehr gut ein in-display fingerabdrucksensor sucht man vergebens es ist ganz klassisch ein sensor auf der rückseite der super schnell reagiert und den vorteil hat dass man die nachrichtenleiste runter wischen kann es ist das erste pixel ohne active edge das war das drück feature um den google assistant zu starten kein riesen verlust maximal eine umgewöhnung für manche der hochwertige vibrationsmotor ist wieder vorhanden und trägt zum spaßigen nutzer erlebnis bei so weit zur hardware denn bei einem google pixel geht es vor allem um die software hier spielt google seine größte stärke aus es ist der snapdragon 720 verbaut aber die optimierungen und 6 gigabyte ram lassen das pixel 4a äußerst performant laufen ich kann mich an keine ruckler erinnern oder hänger keine langen ladezeiten weil dieses jahr der speicher etwas schneller ist und bis auf das fehlen von 90 hertz ist die geschwindigkeit erstklassig android 10 ist auf dem smartphone man kann aber sogar schon android 11 testen und man wird für zwei bis drei jahre immer die neuesten updates direkt als erster bekommen wo sonst kann man das für 350 euro sagen ganz genau nirgendwo pixel typische features wie die offline musikerkennung sind vorhanden und auch wenn man nicht so viel einstellen kann wie bei einem oneplus smartphone gefällt mir die schlichte oberfläche sehr gut es gibt die lebendigen wallpaper automatische untertitel und ganz neu das kopierte inhalte jetzt direkt von der tastatur aus gesendet werden können also nicht mehr lang gedrückt halten nur eine sache macht das pixel noch interessanter als die software und das ist die kamera früher war es üblich die linsen so unauffällig wie möglich zu gestalten diese zeiten sind offenbar vorbei denn obwohl wir hier nur eine kamera haben lässt es google so wirken als wäre noch viel mehr am start der 12,2 megapixel sensor ist derselbe wie bisher dementsprechend die bilder auch identisch und das klingt jetzt erstmal langweilig ist aber eben weil die pixel smartphones so gute bilder machen immer noch in dem preisgebiet und auch ein stück darüber hinaus die beste kamera schnappschüsse gelingen immer auf anhieb bei hellem licht hat man viele details und selbst bei nacht spektakuläre ergebnisse dank nachtsicht viel kann ich also gar nicht sagen es gibt diese eine kamera und sie ist auch super gut ein ultra weitwinkel fehlt ein optischer zoom auch der digitale zoom ist aber gar nicht mal so übel irgendwo bin ich über den minimalistischen ansatz von google froh denn endlich mal gibt es keine schlechte makro kamera und tiefen sensor den man sich auch hätte sparen können weil ja sogar mit nur einer linse der porträt effekt vom pixel besser aussieht als der von 90 prozent der smartphones eine tip top kanten erkennung videos den maximalen 4k mit 30 fps möglich und sehen ebenfalls überdurchschnittlich aus der speicherplatz beläuft sich auf standardmäßig 128 gigabyte mehr bekommt man auch bei keinem anderen google smartphone der akku im pixel 3a ist 380 milliampel stunden groß und damit eher klein das fehlen von 60 hertz und der sparsame prozessor haben bei mir allerdings bessere ergebnisse beschert als erwartet bessere ergebnisse sogar als beim normalen pixel 4 was wenn ich so recht darüber nachdenke kein wunder ist weil das pixel 4 einen echt schlechten akku hatte ich spreche von vier bis fünf stunden display nutzung an einem tag da sind andere smartphones besser keine frage aber für so ein kompaktes gerät wie es das hier ist ist das eigentlich sogar ganz gut wireless charging wie bei den anderen pixel smartphones gibt es leider nicht 18 watt schnell laden ist aber mit dabei und schafft in etwas über einer stunde 100 prozent fazit das pixel 4a ist kein smartphone was ich enthusiasten und gamern empfehlen würde sondern viel eher familienmitgliedern wenn sie mich nach einem neuen günstigen smartphone fragen 350 euro ist jetzt nicht super billig aber es ist so günstig dass man nicht erwarten würde dass man hier drin eine der besten kameras hat und immer die neueste software und das finde ich macht dieses smartphone so so attraktiv es ist basically das comeback der google nexus geräte und darauf habe ich persönlich sehr lange gewartet ich freue mich also jetzt umso mehr aufs pixel 5 und wünsche euch noch einen schönen tag macht's gut bis bald ciao